Und da gibt es bereits zum zweiten Mal wieder an Daniel Schneider von der ZXC Lions, Jetzt haben wir einen Teil hier. Einer, der mit der Fähze in Herzen ist, wieder aufkommt, viel, viel mal mit Wasser. Und Donny, hast du schon gegen Byron gespielt? Wie ist es gegen Byron? Wie ist es gegen Byron? Wie ist es gegen Byron? Ich denke, der ist später. Ich hoffe, dass du alle von euch und die Spiele im Finale sehen kannst. Ich wünsche dir alles gut für deine Spiele, Marc Bastl und Donny. Auch bevor ich alles gut für deine Session und mit dem Akkrieg zum Präsentat befindet sich gefällt, dann kann ich das mal kurz eine Rede vorstellen. Für die neue Insight. Der Sponsor kann von ganz hinten rüber gehen. Und auch, ob man mit dem Insight, der Herberheimdienst, kann man das für uns nicht nur auf dem Rasshaus gehen. Wir werden uns unterstützen. Wenn ich alles gut gerade wenn es gut ist, und jetzt sehen wir auf das Resultat, dann würde ich sagen, ja, wir können zu uns verloren. Dann würde ich sagen, nie porus. Als wir im Moment tun, sind wir bereit! Grüße, wir haben wir hier. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und auch hier ist der Berger, der Knochen, der Knochen, der Knochen, der Knochen, der Knochen, der Knochen. Vor allem im 6. Jahrhundert, ebenfalls ein Hochgangs-Kamianreise. Und mit Übergang, gefahrt Rennisch-Arm, so wird hier noch ein Teil von Tütenberg, im 6. Jahrhundert, Christoph Herr, Jürgen Jürgen. Herzlichen Glückwunsch. Das war die Angehörige, der hat mich gegründet. Der ist die Angehörige, der hat mich gegründet, Ich werde mich gehörigen. Proglägger und Beidern, die Handels Byrn, Beidern Obersteller und Berachtingen. Bis dahin, bis dann der die Angehörige Karriere ist. Applaus Applaus Ab la sâni Reg Henning Ab la sâni Ab la sâni Ab la sâni Ab la sâni Ab un peu Im dritten Raum war Frau Jair wie der Schrankwäste und spielt noch immer wieder gut in die unteren Plätze. Immer wieder gut. Und heute findet ihr mehr als der Wien. Vierze Wien. Vierze Wien. Vierze Wien. Vierze Wien. Bei Stefan haben wir es gesagt, sie bekämen und hat sie in Anantik allows. Und leider hat sie trand lasschen, auch in der Höhre, auch in der Kochen auch gelogen, Dass man mithilie in Zeit des Bolenizet hat donné dieses Bl音 ist, Er hat sehr dumm. Daher waren sehrвал. Ich dachte mir hat es schon. Applaus 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 Applaus